Richtig, Achtsamkeit ist wichtig, um den inneren Frieden zu stärken und das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema jetzt im Jahr 2022. Wie können wir ohne Abwertung achtsam kommunizieren? Jetzt schaust du auch selber oder beziehungsweise sprichst selber Themen an, die kontrovers sind in der Gesellschaft, die viele gar nicht erst berühren wollen. Du schaust hinter die Kulissen und musst damit dann auch Kritik einstecken. Wie gehst du persönlich damit um? Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich die Terroranschläge vom 11. September 2001 kritisch untersucht. Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Und dann habe ich den Leuten erklärt, schaut her, da sind drei Türme zusammengestürzt. Es sind nicht nur zwei Türme. Und das dritte Gebäude, das World Trade Center 7, das wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen und viele Leute wissen das gar nicht. Aber als Historiker ist es meine Aufgabe, genau hinzuschauen, weil dieser Terroranschlag hat dann den Afghanistan-Krieg ausgelöst und dann ist ja die Bundeswehr nach Afghanistan. Also Deutschland hat 20 Jahre Krieg in Afghanistan geführt. Meiner Meinung nach illegal. Deutschland hätte niemals Soldaten nach Afghanistan schicken sollen, genau gleich wie Putin niemals Soldaten in die Ukraine hätte schicken sollen oder genau gleich wie Bush niemals Soldaten in den Irak hätte schicken sollen. Also die Soldaten sollten eigentlich in ihren Ländern bleiben, weißt du, innerhalb der Landesgrenzen und dort warten, bis jemand kommt und das Land angreift. Wenn aber niemand kommt, sollten sie einfach Mittagspause machen, weißt du? Da sollten sie gar nichts machen. Und das ist halt das Problem, dass immer das Land das Krieg führt, das sagt, ja, Deutschland sagt dann, ja, wir mussten nach Afghanistan. Nein, mussten die ja nicht. Ja, oder Russland sagt, wir mussten in die Ukraine. Nein, mussten sie nicht. Und die USA sagen auch, ja, wir mussten in den Irak einmarschieren. Oder Norwegen zum Beispiel hat 2011 Libyen bombardiert. Viele haben das auch schon wieder vergessen. Und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der jetzt viel in den Medien ist und immer sagt, Krieg und Krieg ist schlimm und das geht gar nicht. Und viele wissen nicht, dass Jens Stoltenberg in Norwegen Ministerpräsident war und Libyen bombardiert hat. Das will er natürlich selber jetzt auch nicht so offen zugeben, dass er selber schon andere Länder bombardiert hat, weil jetzt ist er sehr froh, dass er sagen kann, nur Putin für Krieg und nur Putin ist böse. Und überhaupt, die Russen sind grundsätzlich böse. Das war schon immer so. Also da liest man sehr, sehr viel Unsinn in den Medien. Und darum ist es wichtig, dass man diesen Kontext einbringt. Und wie gehe ich dann damit um, wenn ich dann diffamiert werde? Also nach den Terroranschlägen am 11. September habe ich eben gesagt, da ist WTC 7 zusammengestürzt. Und dann hat man gesagt, ja Herr Gans, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Das heißt, alle, die die Fragen stellen zum 11. September, die werden heute noch eigentlich sofort diffamiert. Und was ich gelernt habe ist, und das wäre vielleicht auch eine Regel, die ich gerne allen mitgeben möchte, ein Tipp, dass wenn man diffamiert wird, soll man nicht auch diffamieren. Okay, also konkretes Beispiel, jemand, eben dieses Beispiel von der Jacke, jemand eine neue Jacke gekauft und dann macht ein Foto und teilt das auf Instagram und dann schreibt eine Person, ja, du hast aber eine dicke Nase. Dann soll man nicht zurückschreiben, ja, und du hast lange Ohren oder so. Also man soll nicht, wenn man verletzt wird, soll man nicht auch den anderen verletzen. Und das ist die Schwierigkeit, weil in dem Moment, wenn jemand ruft, ja, du Idiot, dann ruft man gerne zurück, selber Idiot. Ja, das geht sehr schnell, meistens in den ersten Sekunden, auch auf dem Smartphone, da drückt man dann sehr schnell drauf und verletzt die andere Person auch. Und mein Tipp oder das, was ich eigentlich gemacht habe in den letzten 20 Jahren, ich wurde viel abgewertet, habe ich mir immer gesagt, nun gut, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Ich muss nicht auf alles reagieren. Wenn mich jemand diffamiert, dann tut er das. Ich gehe da meinen Weg und wünsche ihm einen schönen Tag. Also ich reagiere nicht. Und da hilft mir die Achtsamkeit sehr. Ich beobachte mich dann so, schaue in mich rein und sehe, ah, meine Gefühle sind ein bisschen aufgewühlt, ah, meine Gedanken sind ein bisschen aufgewühlt. Aber mir ist dann immer sehr wichtig zu unterscheiden, dass ich nicht mein Körper bin, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass ich nicht meine Gefühle bin, sondern dass ich das Bewusstsein bin, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und auch wieder vergehen. Und das gibt mir einfach eine gewisse Ruhe. Das heisst nicht, dass ich es angenehm finde, wenn ich abgewertet werde. Also es findet niemand angenehm. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre, dann den anderen oder die andere nicht auch abwerten, weil sonst kommt man in einen Strudel rein und man sagt Dinge, wo man dann später eigentlich selber traurig ist, dass man so gesprochen hat. Ja, Gewalt lässt sich eben nicht mit Gewalt lösen. Und in dem Fall ist ja auch irgendwie das Beispiel, dass man Kindern immer sagt, der Klügere gibt nach, wenn man sich dann auf das Niveau runterlässt und auch mit Gewalt reagiert, sei es jetzt verbale oder physische Gewalt, dann kommt man da nicht raus. Also du sprichst öfters von deinen drei Werten, Liebe, Mut und Wahrheit. Inwiefern helfen die dir dabei, in dieser Zeit gut durchzukommen? Die helfen mir absolut, weil ich muss mich ja dann immer fragen, okay, soll ich das jetzt sagen oder soll ich das nicht sagen? Also konkretes Beispiel, ich habe 2015 in Berlin einen Vortrag gehalten und in diesem Vortrag habe ich gesagt, dass 2014 in der Ukraine ein Putsch gemacht wurde und ich bin der Meinung, dass dieser Putsch von Obama, also vom amerikanischen Präsidenten gemacht wurde, um die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und das ist natürlich eine heiße Aussage, eine schwierige Aussage. Und bevor ich so eine Aussage mache, lese ich sehr viel, prüfe die Dokumente und dann kommt halt die Frage, oder? Da muss ich mich am Mut orientieren. Was würde der Mut tun? Und dann sage ich mir immer, okay, wenn du das jetzt sagst, werden ein paar Leute dich diffamieren. Das weiß ich ja dann, wenn sie sagen, ja, das ist Verschwörungstheorie und der ganze Spinn oder hat es gar keinen Putsch gegeben, das war ein spontaner Aufstand des Volkes und wie kommt er darauf und stand Spinner und so weiter. Da kommt eine ganze Lawine von Pech und Schwefel und da muss ich einfach sagen, gut, ihr könnt schreien, könnt sagen, was ihr wollt, aber ich orientiere mich am Mut. Also ich sage es, wenn ich sicher bin, dass es so ist. Und das Zweite, die Wahrheit hilft mir auch sehr. Also ich versuche dann halt herauszufinden, ja, wurde denn Präsident Janukowitsch gestürzt? Und das ist auch in der historischen Forschung total unstrittig. Also der wurde gestürzt. 2014 im Februar. Das ist sicher. Also weißt du, da gibt es keine, das ist so sicher wie, dass Paris die Halbstadt von Frankreich ist. Jetzt aber die Details sind dann so, dass die einen sagen, ja, das waren friedliche Proteste. Dann habe ich mir aber die Bilder nochmal angeschaut, habe ich gesehen, die Demonstranten, die hatten Ketten, lange Ketten und haben mit diesen Ketten auf die Polizisten eingeschlagen. Die Polizisten haben gar nicht viel gemacht. Dann habe ich gesehen, okay, das waren nicht friedliche Proteste, wo jeder da steht mit einem Plakat und sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Regierung. Das darf man ja gegen die Regierung protestieren. Aber das ist dann schon ein gewalttätiger Mob, der auf die Polizisten eingeschlagen hat. Und das kann ich auch belegen. Darum bleibe ich dabei. Und da hilft mir eben der Mut. Ich sage, ja, ich sehe es. Also dann sage ich es. Das ist wie bei WTC-7. Wenn ich sehe, dass WTC-7 runtergeht, das ist aber kein Fliegerein, dann sage ich es. Und der dritte Punkt, der sehr wichtig ist bei diesem Putschen der Ukraine, ist, dass dann Scharfschützen von den Dächern herab sowohl Demonstranten als auch Polizisten erschossen haben. Und das ist eben eine spezielle Technik der verdeckten Kriegsführung, um ein Land ins Chaos zu stürzen, weil die Polizisten haben dann gedacht, ja, das müssen ja wohl die Demonstranten sein, die schießen, weil mein Kollege Demonstrant ist gerade tot zusammengestürzt. Und sie beide haben nicht erkannt, oder ja, später dann schon, aber im Moment ist das sehr schwer zu erkennen, dass es eine verdeckte dritte Partei gibt, die sozusagen die Konfrontation schürt und das Land ins Chaos stürzt. Und das habe ich auch beschrieben in meinem Buch Illegale Kriege. Ich habe es auch in diesem Vortrag in Berlin dann gesagt, wie das funktioniert. Und wenn du mich fragst, wie wichtig sind dann die Werte Mut, Liebe und Wahrheit? Ja, die sind sehr wichtig, weil sonst hätte ich den Vortrag nicht gehalten. Also ich musste mich auch ausrichten und sagen, gab es die Scharfschützen? Ja. Gab es den Putsch? Ja. Und dann gab es noch ein abgehörtes Telefonat von Victoria Nuland. Das ist eine Mitarbeiterin, hochrangige Mitarbeiterin von Präsident Obama. Die ist auch heute wieder in der Administration von Präsident Biden. Weißt du, im Außenministerium hast du den Außenminister, dann gibt es den Vize-Außenminister und dann gibt es noch die Nummer drei. Und auf dieser Ebene war Victoria Nuland. Und die hat mit dem Botschafter in Kiew mit Jeffrey Pyatt gesprochen. Und dann haben sie halt besprochen, wer jetzt nach dem Putsch in die Regierung kommen soll. Und dann hat sie gesagt, ja, Arsenij Yatsenyuk sollte Premierminister werden. Und der wurde dann wirklich Premierminister. Und das ist dann für mich der Beweis, dass es ein amerikanischer Putsch war. Und Nuland hat dann noch gesagt, ja, die Europäische Union, die binden wir da nicht ein. Sie hat wirklich, das ist ein abgehörtes Telefonat, Entschuldigung, dass ich das so zitiere. Sie hat gesagt, fuck the EU. Okay. Damit wollte sie einfach sagen, ja, die Europäische Union binden wir da nicht ein. Und Merkel hat sich dann aufgeregt, dass Nuland das gesagt hat. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist für den Historiker sehr wichtig, sich an den Werten Liebe, Mut und Wahrheit zu orientieren, wenn er unabhängige Arbeit machen will.